Ah, guten Morgen, Mr. Alu, Mr. Captain Alu, Sir. Hallo der HBK, hallo Geburtstagskind. Ich hab kein Geburtstag. Dieser Song ist nur für dich. Ja, dieser Song ist nur für dich, genau. Hast du diese Idee gehabt? Nein, ich hab aber die Welle-Less-Werbung geliebt. Ich hätte gerne, dass der dann einfach anfängt und Hero-Turtle singt. Das ist aber wirklich so dieses Frank-Zahn. Hey, du. Hey, du, ja, dich mein ich. So wie du aussiehst, suchst du noch ein Geschenk, stimmt? Hast du eine CD? Willst du eine CD? Oder suchst du noch was für deine Freundin? Ja, genau, hier, Ingeborg. Genau. Das war so super. Ganz genau. Hier, Ingeborg. Das hätte ich mein Leben nicht vergessen. Ja, Irene Ilse Ingbert. Hier, Ingeborg. Hallo, Ingeborg. Das ist so super. Das ist so Werbung. Das war noch Werbung. Das war eine gute Werbung. Ja, absolut. Das, das, das. Das ist Kult. Das ist Kult. Das ist einfach nur Kult. Das war einfach super. Das sollen der, ich möchte, dass jetzt ab morgen lauter Leute ihre ganzen Facebook-Seiten damit zumüllen, was Kult war. Alles schreiben. Das war Frank Sander. Genau. Spamt euren liebsten YouTuber einfach zu, indem ihr unten drunter in Caps und mit drei Ausrufezeichen Ingeborg drunter schreibt. Hallo, Ingeborg. Ja, das ist doch, ist doch mal ein Aufschicht. Wahrscheinlich kriege ich jetzt von einer gewissen Person ein Ingeborg und hier ist mein Spawn gewesen. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Ich habe irgendwas eingesammelt. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Ah, das ist ein Kakaobohnen. Kakaobohnen-Behälter. So, das heißt, wir müssen jetzt in die Richtung dort. Aha, du hast dich jetzt an dieser Hand dieser Kakaobohnen-Behälter und Behaltungsfrau anladen. Nein, ich habe mich orientiert an dem Spawnpunkt und dann weiß ich automatisch, wenn ich an diesem Spawnpunkt bin, wo ich lang muss. Das ist gut. Das ist kurios. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und das Interessante ist auch, ich bin bei dem Village, was du nicht gesehen hast, weil wir nicht dahin zurückgelaufen sind. Ja. Ich lande immer wieder da. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ich bin immer wieder dort gelandet. Das ist ganz komisch gewesen. Ich weiß auch nicht. Ich habe so aus Scherz gesagt, wenn wir hier durch die Wüste gehen, kommen wir da hinten wahrscheinlich wieder bei dem Village an. Und es war so. Das Problem ist, ich habe mich gerade verlaufen. Wo bist du? Schnee-Bio? Äh, irgendwo auf dem Berg. Large an der Küste vorbeiratet. Large an der Küste. Da siehst du mich schon. Dann siehst du mich wahrscheinlich schon. Outrun 2, Coast to Coast. Da siehst du mich schon. Genau. Ich bin hier unten. Da ist er. Da ist der Käpt'n. Der Käpt'n kommt. Eww. Ha! Ah, mein kleiner Käpt'n. Kackebeutel. Du musst mich nicht mit dem Spitznamen betiteln, den dir deine Mutter einmal gegeben hat. Oh! Meine Mutterwitze. Ha! Ja. Ja, genau. Deine Mutter arbeitet bei Valva als Boomer. Was? So. Auch interessant. Bei Valva als Boomer? Kennst du Left 4 Dead 2? Ja, ich kenne Left 4 Dead 2. Kennst du Boomer? Ich kenne Boomer, ja. Kennst du deine Mutter? Oh, du siehst du online. Oh, nein. Ja, so. Da hast du es. Da hast du nie verglichen. Na. Ja. I see what you did there. I see Wiener. Du musst aufhören. Du musst aufhören, wenn du essen willst. Oh Gott, es tut mir leid, wenn das jetzt totaler Bullshit ist, was wir labern, aber das funktioniert so. Es überbrückt die Wartezeit. Das ist LPT. Da, 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 da ist es. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Achtung, ich verbranze dir das Video. Daheim. Endlich. Es ist mir scheißegal, dass ich mir gerade zweimal wehgetan habe. Zweimal? Ja, ich bin zweimal runtergefallen. Ja, ich hab's gehört. Ich wollte es nochmal wiederholen. Knack, knack. Ich bin unaufmerksam. Unter uns. So. Das ist also dein Heim. Ja. Meine bescheidene Hütte. Ah ja. Das ist hier dein, dein, was ist das? Ach, das ist ein Envel. Ja, ich seh's gerade. Und die Katze. Direkt ins Schlafzimmer. Oh, oh, Backstein. Ja. Hat ewig gedauert, den Leben zusammenzusammeln. Ich glaub, damit haben wir mindestens zehn Folgen verbraucht. Katzen. Du und die Katzen, ich seh's schon. Die eine Katze brennt. Die hat nur ne Fackel im Kopf. Ja, ne. Oh, okay, das ist viel besser, wenn die Katze ne Fackel im Kopf hat. Immer. Das. Also, das ist ja quasi, die Katze 2.0, sie ist, sie ist verbessert. Ich freu mich grad voll, dass wir wieder zu Hause sind. Ja. Ich wohne ja nicht. Also ich. Ich hab irgendwas eingesammelt, was hier rumlag. Das ist super. Ja. Also hier haben wir auf jeden Fall erstmal meine Felder. Aha. Hier oben kommt was hin, was ich noch nicht gebaut habe. Aber ich hab schon mal die Fläche gemacht. Da unten ist mein, mein super, meine... Ah, es geht ja noch weiter, so. Meine, meine... Ja, das ist hier für Kühe. Das ist mein Kuh. Deine Barren. Stall. Genau. Barren, genau. Barney-Gerolleimer. Ja, genau der. Barney ist Barney. So. So, aber jetzt kann ich offiziell sagen, wir sind zu Hause erstens. Und auch abgeschlossen und so. Die Katzen sind safe. Ich müsste natürlich die Hunde noch herholen. Ist aber wieder so eine Tour und ich weiß nicht, wo die Hunde sind. Sehr gut, aber wir wissen, dass du sie hast. Dann geht es nicht. So, jetzt haben wir 23 Diamanten. Das könnte sogar hinhauen. 52 Lapislazuli-Blöcke. 57 Eisenblöcke. Noch nicht ganz, Leute. Noch nicht ganz. Guck mal kurz. Und Redstone sowieso viel zu viel, die man ja mittlerweile auch in Blöcke machen kann. Mal sehen, wie viele Lapislazuli-Blöcke brauche ich. Wahrscheinlich auch 64. Jo. Das heißt, davon habe ich auch noch nicht genug. Fair und dumm. So. Ach, ich habe aufs Diamantschwert schon was gemacht. Das ist super. Ah ja. Ich habe schon einen Diamanthelm. Das ist... Ich kann die Rüstung fertig machen. Du könntest mir Rüstung fertig machen. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt noch so geplant haben. Ich gehe mal hier runter und gucke mir, was du so im Keller hast. Ah ja. Du hast Eier hier unten. Was? Ah ja? Ah ja. Nein, aber... Musst du ausbrüten, habe ich Hüte. Ah ja. Aber ich bin doch gar nicht okay. Ah ja. Da kühlen die Leute. Mann, du blöde. Ja. Ah ja. Das ist echt schlimm mit uns gerade. Ich glaube auch. Ah ja. Ich gehe jetzt mal in den Nether. Warum schon wieder? Ah ja. Nein, ich gehe lieber nicht rein. Ich werde dir den Nether-Portal irgendwo direkt aufbauen gefällt. Guck mal kurz. Was kostet das? Oh, nur 6 Level für schusssicher 4. Das ist gut. Diamantenhaare nisch. Ich will einen Haare nisch. Aber guckt mal, Leute. Wir haben jetzt Helm. Ist das dein Klo? Nein, das ist meine Seltenheitskiste. Das sieht so aus. Keine Seltenheitskiste. Ich habe schon drei Ender-Augen sogar. Ja. Kannst du mal sehen. Oh, eine Ender-Perle. Cool. Kann ich direkt zum Ender-Auge machen. So. Und dann... Es fehlen noch die Schuhe. Genau. Dann haben wir jetzt komplett das Diamanten-Gier. Alles, was wir an Diamanten brauchten, haben wir jetzt fertig. Das heißt, auch Diamanten-Rüstung vollständig erstellen ist abgeschlossen. Das ist schon die zweite Aufgabe in dieser Aufnahme. Mensch, super. Das klang jetzt irgendwie komisch. Aufgabe in dieser Aufnahme. So, wir können aber mal in den Nether gehen. Ja, das hatte ich sowieso vor. Und ein paar Ender-Rods farmen. Let's get some Ender-Rods. Ah, ja, mit Sticks, natürlich. Ich war gerade hier. Sticks. Blades-Sticks. Wow, Lohn-Sticks. Selbst erstellen. Nee, natürlich nicht. Ich wollte ein Ender-Auge machen. Hast du eine Challenge auf Ender-Augen? Nee, aber in den End gehen. Dafür braucht man auch Ender-Augen. Ja, ja, gut. Sicher, das stimmt. Ach so, ich brauche noch einen Diamanten. Mir ist gerade was eingefallen. Das musst du mir nicht sagen. Ich war da schon. Einen Diamanten braucht man dafür. Ja, ich war da auch schon. Ja, du warst da auch schon. Also privat. Privat war da schon. Hast du Holz dabei? Sonst müsste ich mir jetzt groß was holen. Ja, ja, warte, ich kann ja den hier Block noch machen. Und dann, jetzt habe ich insgesamt 15 Holz. Kannst du mir 8 davon abgeben? Ah, warte mal. Was? Hier hast du 4. An der Costa Blanca. Und dann nochmal. Hast du hier gar kein Holz oder was? Doch, aber unten. Ich hatte jetzt keinen Bock runter zu gehen. Ach so. Ja, natürlich. Dann muss man nicht in der Arme Jungen schröpfen. Aber das ist natürlich klar. So, dann mache ich mir hier einen Plattenspieler. Und dann hören wir uns mal. Ah, dann müsste ich mal die Musik ausmachen. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber Hauptsache. Ja, ja, ich habe ja hier Shortcut auf meiner super Tastatur. Dann hören wir uns einfach mal die Musik an. Die müsstest du ja auch hören können, ne? Nein, ich habe die Musik runtergedreht. Auf 0. Ich höre sie trotzdem. Weil es unter Soundeffekte fällt. Wow. Das ist die Platte namens 13. Das ist nur so ein Glockengebimmel erstmal. Oder ich glaube auch durchgehend. Am besten ist immer noch die, die da, wenn du die einlegst, erstmal. Okay. Und dann legen wir mal die andere rein. Ja, das klingt doch gleich viel chilliger. Habe ich die nicht sogar hier oben? Das könnte ja schon fast Musik aus dem Feld sein. Genau, der Braustand. Okay, gut. Ich brauche eigentlich doch keinen Enderrod. Ist egal. Wir holen... Wir machen trotzdem mal End. Lassen wir 13 mal hier durchlaufen. Packe ich mal die... Ach ja, stimmt. Ich habe ja hier ganz viel Scheiße reingepackt. Weil ich... Sag nicht, Scheiße. Ne, die 28 Volle brauche ich nicht. Erde, Erde, Sand, Sand, das Zeug. Ne, das brauche ich auch nicht, wenn ich in den End gehe. Also wieder zurück in die Kiste. In die Kiste. In die Kiste mit dir. Aber Mami... In die Kiste mit dir. Der Käpt'n kennt das. Ja, kenne ich das? Ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus möchte. Ich habe jetzt einfach irgendwas... Ich wollte auf gar nichts hinaus. Ich merke schon. Ich wollte einfach nur... Trolling, 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 trolling. Trolling, trolling, trolling. No, the streams are swallowing. Mach doch nicht andere Lieder. Mach doch nicht andere Lieder. Entschuldigung, wir wollen jetzt zu C13 hören. Was? C13? Das Ding hier nicht, diese CD, C13. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Die heißt nur 13. Nur 13. Also das nur... Wie das erste Album, okay. Nee, das heißt auch. Nein, das heißt... Ach, das war das Aktuelle. Okay, gut. Nee, jetzt bin ich gerade... Ich bin gerade durcheinander gekommen. Schande auf dein Haupt. Schande auf mein Haupt? Immer. Schande auf dein Haupt. Oh, jetzt hast du es aber. Auf mein Haupt? Ja, ja. Auf mein Haupt. Auf mein Haupthaar, oder was? Auf mein Haupthaar, das ist woanders. Dein Haupthaar. Wo hast du es denn abgelegt? Ist es in der Reinigung, ja? Ja, genau. Wo ist er jetzt wieder hin? Ist mir an dieses Loch gefallen, das sich an der Treppe schimpft. Gut. Das ist doch kein Loch. Nein, ich habe das Loch jetzt nicht an der Treppe schimpft. Der Junge kennt sich mit Löchern nicht so... Okay. Jesus Christ. Only Adults will know. Okay, komm, wir gehen mal schlafen. Ja, das ist... Yay, das Spiel ist unter 0-0-0-5-0-4-4-4-4 erreichbar. Ruf jetzt an! Und der alte Igerborg gratis dazu. Ruf jetzt an und verlang den HBK. Und dann lege ganz schnell auf und tüte dir eins ab. Was? Und tüte dir eins ab? Und kich ja dir eins ab. Ach so, ja. Ich tüte dir eins ab. Das will auch keinen Sinn ergeben. Das macht man davor. Da redet er. Jetzt hätte er... Ah, Bücher muss ich noch bauen. Okay, gut. In den Nether. Da waren wir schon. Ich habe nur noch ein Fleisch. Leute, da waren wir schon. Ich habe auch noch zwei Hühnchen. Rat ihr dir das Wünschen doch. Ich kann dir Kohle... Nee, kann ich dir nicht. Ich habe kein Geld. Hallo, jetzt bist du eigentlich für einen Gastgeber. So, könntest du vielleicht mal all diese Dinge für mich tun? Okay. Nein, das wird immer den Nether-Gain hier. Ja, das sage ich doch. Ja, na ja. Ich habe doch gesagt, was das nächste gemacht wird. Ich bin ein guter Gastgeber. Das Coole daran ist, ich habe mir hier erst mal ein Häuschen drum gebaut. Mein Gott. Wenn du rauskommst und direkt links guckst... Ist ein Schweinemann. Hallo, Schweinemann. Nee. Doch, der ist ja nun mal. Was soll ich tun? Oh, what the fuck. Nicht töten. Nicht angreifen. Nein, ich weiß, es ist ein Schweinemann. Schweinebärmann. Minecraft, wie spielt man das? Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, das stimmt allerdings. Ich sehe dich aber noch. Ich muss erst nachladen, wahrscheinlich. Lade nach. Wenn du rauskommst und direkt links guckst... Ja. Also, nicht ganz so, hier so. Da brennt die Luft. Wenn du den Optifine anmachst... Ja. Guck mal, was da steht. Optifine, das ist... Was? Also zooms, meine ich. Guck mal, was da ist. Rechts, ein bisschen weiter rechts. Da kannst du es vielleicht erkennen. Ah, es ist ganz schön dunkel. Bei mir vielleicht? Die Festung meinst du? Ach so, ja. Die Festung, von der du mir erzählt hast. Ja, direkt beim Spawn. Das habe ich noch... Das habe ich noch aus... Nee, der Stormhunter hatte das aus Scherz gesagt. Da war er nämlich dabei im Commentary. Hat er gesagt, dann kommst du rein und dann hast du direkt da die Festung. Ja, ne? Da bin ich übrigens wieder. Da war sie direkt. Und wir sind mal im Nether, ohne dass ich die Weihnachtstexturen drin habe. Der Nether. Das ist schon... Nether. Danke. Das ist schon so lange her. Hier gibt es Pilze. Ist schon seit Dezember. Da gibt es eine Salbe für. Da kennt sich einer aus. So. Ja, ich habe eine Schwester. Oh, nee, nicht der. Warte. So. Wo ist er denn? Wo komme ich jetzt nochmal zu meinem Portal? Wo kommt man wohin? Äh, zu meinem Portal. Äh, wo sind wir nochmal hingegangen? Na, irgendwo... Mit dem Steinhaus, oder nicht? Ja, das Steinhaus. Aber irgendwo habe ich mir auch einen Weg gebastelt, wie wir zum Dings kommen. Zum hier links. Zum... Hier ist ein Stein. Wahrscheinlich hier lang. Ja. Wenn da ein Stein ist. Ähm, zur Festung. Ich dachte, wir wollten jetzt ein paar Blazes auf der Fasse hauen. Ja, das hast du gesagt. Ja, weil ich dachte, ich habe den Braustand nicht, deswegen... Den Braustand. Braustand. Bleibt Braustand. Und Breitklaut. Bleibt Breitklaut. Breitklaut. Das ist Cloud, wenn er einen zu viel geraucht hat. Okay. Das ist der Breitklaut. Der Verrückteste. Aber ich brauche... Ich brauche noch ein paar Seelensandteile, damit ich mir Nederwarzen anfarmen kann. Anbauen kann. So rum. Nederwarzen? Nederwarzen. Kennst du nicht? Weißt du nicht, was Nederwarzen sind? Die brauchst du, um Tränke zu brauen. Ach, das Zeug. Kann sein, dass ich davon schon mal gehört habe. Diese... Oder die sehen aus wie Pilze. Ich habe selten Zeit... So rote Pilze. So Nederwarzen verbracht. Ähm, kommst du? Äh, ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Hier brennt es überall. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Aber ich habe hier... Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Und vor mir ist Two-Face. Two-Face. Why so sick? Nee, Moment. Das war der andere. Das war irgendwie der Falsche. Ingeborg. Hallo, Ingeborg.